Ja, viel Marketing-Know-How erwartest du hier beim Marketing-Monkey-Podcast. Frische Interviews, spannende Gäste und das bleibt auch in Zukunft so. Aber eine kleine Ergänzung für die Zukunft habe ich geplant und die beginnt heute. Und zwar in gewisser Regelmäßigkeit möchte ich dich hier mit Zitaten beglücken. Zitate, die du vielleicht kennst, Zitate, die vielleicht heute schon an deinem Küchentisch hängen, aber Zitate, die ich mit meinen Gedanken, mit meinen Erfahrungen aus dem Leben schmücken möchte. Das sind nicht endlos lange Episoden, das sind Episoden, die irgendwo, irgendwann zwischen, sagen wir mal, drei bis fünf Minuten gehen, drei bis sechs Minuten maximal gehen. Die kommen jeden Freitag als Inspiration fürs Weekend auf deinen Nachhauseweg pünktlich um 17 Uhr. Das machen wir mal, solange wir Bock haben, solange du Bock hast und solange du mir auch auf Social Media zum Beispiel Instagram oder Facebook ein positives Feedback gibst. Wenn du magst, dann kannst du gerne auch auf www.rafaelfrangi, zusammengeschrieben und mit phdasrafael.ch slash askfrangi gehen, A-S-K-frangi gehen. Und dort kannst du mir auch gerne dein Zitat reinsprechen in diese kleine Box, die du dort findest. Und dann werde ich dein Lieblingszitat auch entsprechend mit meiner Erfahrung kombinieren. Das kann ein Business-Zitat sein, aber auch einfach ein Zitat aus dem Leben. Ich freue mich sehr, ich freue mich, dass du dabei bist, ich freue mich, dass du das jetzt hier so mal von mir gehört hast. Und auch, Max, ich habe die Inspiration von dir erhalten, der da gerade zuhört über Instagram, weil ich immer wieder diese Sprüche und Zitate irgendwie auch scheinbar auf meinen Bühnen auftritt und in meinen Dozier-Tätigkeiten dir um die Ohren haue. Deshalb hier in komprimierter Form immer freitags die Zitate-Special-Episode für dich. Ab sofort, ab diesen Freitag, ab heute geht's los. Und jeden Freitag dann über jede Podcast-App deines Vertrauens und auf www.rafaelfrangi.ch Ja, und natürlich beginne ich heute mit meinem Lieblingszitat. Das Zitat, das ganz ursprünglich hier die Quelle Albert Einstein ist tatsächlich der grosse Albert Einstein. Nein, und zwar hat der einmal gesagt, be a voice, not an echo. Be a voice, not an echo. Ja, und was heißt das für mich? Was kann es auch für dich in deinem Alltag heißen? Sei eine Stimme und kein Echo. Sei nicht diese Stimme, die vom Berg zurückhalt irgendwas kopiert oder nachahmt. Oder kann es vielleicht sein, dass du sagst, es ist gut, dass ich ein Echo bin. Es ist gut, dass ich etwas kopiere. Beide Strategien können richtig sein. Ich plädeliere persönlich ganz klar und empfehle dir persönlich ganz klar, nicht ein Echo zu sein, sondern eben eine Stimme. Und das heißt, dass du sowohl im Business, wenn du deinen Businessweg gehst, auch dort versuchst, die Einzigartigkeit zu finden. Und ich habe viele Studenten und auch Personen, die mich hier anfragen über Social Media, die dann sagen, Ja gut, was für eine Nische empfiehlst du dann? Wo kann ich dann hier in diese Marketingverwirklichung reingehen? Und ich sage, musst du wirklich, musst du wirklich der x-te Life-Coach werden, den es da schon gibt? Musst du wirklich der nächste Social Media Berater werden? Da bist doch du nur ein Echo und eben keine Voice. Ja, ganz klar, am Ende des Tages versuch eine Stimme zu sein und die Stimme kriegst du vor allem dann, wenn du einfach dich selber bist. Klingt mega banal, hat aber auch eine gewisse bestechende Banalität. Denn wenn du wirklich das bist, das bist und das lebst, was du selber bist, wirst du damit automatisch eine Stimme sein. Kleine Episode da aus meinem Leben, die mich länger kennen, die den Podcast auch länger verfolgen, die kennen die Geschichte schon teilweise. Für die anderen ist es vielleicht neu. Ich hatte eine doch ziemlich, sage ich mal, auf der Business-Seite oder auf der Persönlichkeitsentwicklungsseite eine schwierige Jugend. Wenn du hier Videos von mir finden würdest, zum Glück gab es damals noch nicht Social Media, wo ich gestottert habe. Wirklich, ich habe einen starken Sprachfehler gehabt. Ich konnte nicht vor Menschen sprechen, geschweige denn in einem Mikrofon. Ich wollte damals zwar krampfhaft zum Radio, habe dann auch all diese Radiocastings mitgemacht. Bin durch die Radiostudios getingelt, dann Führungen. Vielleicht kennt der eine oder andere, dass der hier zuhört. Habe dann versucht, dort über Führungen mich mit Moderatoren zu connecten. War bei Radio DJ, hieß es damals, im Radioprojekt des bekannten Radioerfinders von 105. Überall gescheitert. Überall gescheitert. Und warum? Ich wollte damals unbewusst ein Echo sein. Ich wollte damals so sein, wie all die Moderatoren, die ich angehimmelt habe und habe sie versucht zu kopieren. War also sozusagen deren Echo. Und erst als ich begriffen habe, dass das falsch ist und wirklich gesagt habe, du kannst auch die Stimme sein. Du kannst trainieren. Und vielleicht hast du hier und da einen Sprachholperer. Aber das ist doch okay. Vielleicht gibt es diese Nische, diese Nische, in der ich Lust hatte und immer noch habe, mich mit Stimme auszudrücken, Menschen zu begeistern, Menschen mitzureisen. Vielleicht gibt es diese Nische, ohne dieses Echo eines klassischen, gerade geschliffenen Radiomoderators sein zu müssen. Und erst als ich da diesen Schalter umgelegt habe, erst dann habe ich es verstanden und bin aus dem Schatten meines eigenen Echos und des Echos meines Umfeldes, erst dann konnte ich aus dem heraustreten. Und erst das hat mich dann dahin gebracht, wo ich heute bin, als Dozent, als Coach, als Führungskraft, als Mensch, der jeden Tag vor Menschen sprechen muss und diese auch oft, meistens inspiriert und irgendwie entwickeln kann, ihnen Tipps, Meinungen, Ratschläge und nicht im Sinne des Schlages, sondern im Sinne von Erfahrungen weitergeben kann. Das ist aber nur, weil ich diese Voice geworden bin und eben nicht das Echo. Das ist ein Schwank aus der Persönlichkeitsentwicklung, ist übrigens genauso, wenn du ein Business starten möchtest, dann überleg dir doch wirklich, kannst du diese Positionierung, die du heute hast, noch ein bisschen granularer verfeinern? Also kannst du sagen, du bist der Social Media Coach für Hundetrainer nördlich der Alpen, keine Ahnung, kannst du da noch ein bisschen reingehen, tiefer reingehen, dich genauer positionieren, damit du eben nicht einfach nur ein Echo bist. Be a voice, not an Echo, die heutige Friday Inspiration, die heutige Freitags-Zitate-Special-Episode. Danke fürs Dabeisein, gerne auch deine Gedanken dazu unten hin posten, bei Insta, bei Facebook, wo auch immer du das hörst und mir ein Feedback geben, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast und, wie ich es eingangs schon gesagt habe, www.rafaelfrangi.ch slash askfrangi, dort gerne dein Zitat hinterlassen und wir sprechen darüber, hier in diesem Podcast Marketing Monkey. Danke fürs Zuhören, ciao, ciao, bye, bye. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.